Hey Leute, ich bin's wieder, eure Kat und wir sehen Köln. Bin ich wieder in meinem Zimmer in Deutschland. Ja, weil Anna und ich hatten eigentlich geplant, zwei Monate auf dem Philippinen zu bleiben. Aber wir mussten aus einem bestimmten Grund zwei Wochen früher zurückreisen. Deswegen, ja, sind wir schon hier. Und bestimmt habt ihr viele Fragen, wie es war, wie das Wetter dort war, was wir dort alles erlebt haben. Und das könnt ihr alles auch an Kat sehen. Denn, also wer es noch nicht weiß, an Kat ist unser Blogging-Channel. Ja, und den Link findet ihr einfach in der Infobox. Also, checkt es euch mal ab. Und heute habe ich einen Haul für euch, weil auf den Philippinen war ich einiges einkaufen. Und, ja, legen wir einfach gleich mal los. Als erstes habe ich mir eine Sonnencreme geholt fürs Gesicht von Neutrogena mit SPF 50+. Ja, also, die Sonne auf den Philippinen darf man echt nicht unterschätzen. Das. Das. Die Sonne dort ist sehr aggressiv. Also, wenn ihr in so ein Totenland geht, dann nehmt lieber zur Sicherheit eine Sonnencreme mit SPF 50+. Mit. Das ist besser, als wenn eure Haut verbrannt wird. Ja. Dann als nächstes habe ich mir eine BB-Creme geholt von The Face Shop. The Face Shop ist eine koreanische Beauty-Marke. Und viele schwärmen mir von den koreanischen Beauty-Produkten. Und ich habe mir gedacht, ich probiere, ups, ich probiere mal die Produkte aus. Und ich habe mir eine BB-Creme geholt mit SPF 37 in der Farbe Natural Beige. Mein Fehler aber, als ich mir die BB-Creme gekauft habe, war, ich habe sie ganz am Anfang vom Urlaub gekauft und da war ich noch käseweiß. Also nicht käseweiß, aber weiß. Und, ähm, ja, jetzt kann ich sie am Anfang vom Urlaub, habe ich sie noch benutzt, aber jetzt kann ich sie nicht mehr benutzen, weil die BB-Creme um einiges heller ist. Schade, weil ich fand die BB-Creme voll gut, also die deckt voll gut ab und ich finde, die fühlt sich auch nicht so schwer an auf der Haut. Deswegen, ja, fand ich die eigentlich voll gut. Deswegen warte ich jetzt, deswegen, 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 deswegen warte ich jetzt, ähm, bis ich wieder heller werde. Ja, komisch. Ja, dann kann ich sie wieder benutzen, weil die war echt gut. Aber ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, nochmal eine zweite Tube zu holen, die dunkler ist. Merke ich erst jetzt so. Dann habe ich mir noch was von The Face Shop geholt. Und zwar habe ich mir Nose Strips geholt. New Zealand Volcanic Clay Blackhead Aloe Nose Stripes. Also da ist Aloe Vera drin. Ich habe eins bisher benutzt und fand es sehr schmerzhaft. Als ich mir das dran gemacht habe, ähm, habe ich so ungefähr 10-15 Minuten dran gelassen. Und als ich es abgemacht habe, dachte ich mir so, meine erste Hautschicht wird mitgerissen oder meine ganze Nase wird mitgerissen. So krass hat es weh getan. Aber im Endeffekt hat es viele Mitesser mit rausgerissen. Deswegen eigentlich top. Aber es tat richtig weh. Deswegen habe ich es bis jetzt nur einmal benutzt. Dann habe ich mir noch ein Agnes Solution Pome Cleansing geholt. Das ist jetzt für ölige und für Problemhaut. Weil durch das ganze Hin- und Herreisen, weil wir ja von Manila nach Cebu, von Cebu nach Davao, auf jeden Fall sind wir viel rumgereist. Und ich glaube, es war sehr stressig für meine Haut. Diese trockene Flugzeugluft und dann allgemein dieser Stress. Das war, glaube ich, zu viel für meine Haut. Deswegen bin ich voll ausgebrochen und hatte hier in diesem Bereich sehr viele Pickel. Es könnte auch vielleicht auch am Essen liegen, weil dort ist alles sehr fettig und auch voll süß. Es kann viele Gründe haben. Auf jeden Fall habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Das ist ein Agnes Solution Pome Cleansing. Und ich muss sagen, in den paar Malen, wo ich das benutzt habe, ist meine Haut wirklich besser geworden. Aber ich kann es aber nicht genau einschätzen, ob es an diesem Produkt liegt oder ob es einfach so besser geworden ist. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ich teste es einfach nochmal aus und dann gucke ich mal. Und ich habe mir noch dazu eine Oil-Free-Control-Essence-Creme geholt. Und die trage ich nach dem Reinigen abends auf. Und dann habe ich mir noch eine Oil-Free-Control-Creme geholt. Die trage ich morgens auf. Also das hat mir die Frau in der Face Shop empfohlen. Und ich glaube, ihr mal. Ja, deswegen habe ich gleich das ganze Set geholt. Dann habe ich mir noch zwei Masken geholt. Und, beziehungsweise, ich habe mir eigentlich mehrere Masken geholt, aber die habe ich jetzt alle schon aufgebraucht. Ja, in den asiatischen Ländern sind diese Mask-Sheets sehr beliebt. Und es gab es auch überall zu kaufen. Also in jeder Druckerie, überall, auch in der Face Shop. Überall einfach hat man diese Mask-Sheets gesehen. Und deswegen haben wir uns einige geholt. Viele haben wir auch an unsere Freunde verschenkt. Und ja, einmal habe ich hier das jetzt von der Marke Beauty Buffet. Ähm, Apple and Evening Primrose Facial Mask. Und einmal Green Tea and Grape Seed Facial... Facial... Facial Mask. Genau. Dann, was nicht so ganz asiatisch ist, ähm, habe ich mir von Victoria's Secret ein Parfum geholt. Und zwar Victoria's Secret Bombshell. Also ich finde, der Duft riecht sehr frisch und fruchtig einfach. Das, ich finde, passend einfach zum Sommer. Also, wenn ihr einen Sommerduft sucht, dann kann ich den echt empfehlen, weil ich finde, der riecht sehr gut. Und den habe ich zusammen in einem Set geholt, weil dort gab es ein Angebot. Also, dort war es im Sale und auch gleich im Set. Ähm, es kam mit einem Duschgel und mit einer Body Lotion. Die Body Lotion habe ich jetzt aber meiner Tante, ähm, geschenkt. Und ja, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber das habe ich mir geholt. Dann habe ich mir noch was für meine Haare geholt. Und zwar ein Hot Oil Treatment von Silk Secrets. Das ist ein, äh, One Minute Hot Oil Treatment mit Aloe Vera und, äh, Vitamin E und C. Und jedes Mal, wenn ich eigentlich auf den Philippinen bin, hole ich mir so Hot Oil Treatments, weil die hier, habe ich das Gefühl, gibt es gar nicht. Also, ich habe es auf jeden Fall noch nie gesehen. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich die benutze, fühlen sich meine Haare sehr gesund an und nicht mehr so trocken. Und es hält dann auch für eine Weile. Und die Marke hier, Silk Secrets, habe ich noch nicht ausprobiert, weil jedes Mal, wenn ich dort bin, hole ich mir immer eine andere Marke, um es auszuprobieren. Und ja, das habe ich noch nicht benutzt, deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Aber von Hot Oil Treatments habe ich auf jeden Fall positive Erfahrungen. Ja, deswegen freue ich mich schon, das zu benutzen. Dann habe ich mir ein Lippstift geholt. Und zwar von Covergirl in der Farbe 260 Heavenly Paradisiacke. Ja, Heavenly Paradisiacke. Hört sich komisch an. Ja, ich war da gerade in der Mall und habe diese Farbe hier gesehen. Und ich dachte mir so, die Farbe habe ich noch nicht. Das ist das perfekte Nude für mich einfach. Ich finde, die Farbe ähnelst an meiner natürlichen Lippenfarbe. Und ich habe eigentlich schon längere Zeit nach so einer natürlichen Nudefarbe gesucht. Und ich fand, die war perfekt. Was ich mir auch noch gekauft habe, ist ein Eyeliner, weil mein Eyeliner ist leer gegangen. Und dann habe ich dort gleich mal einen neuen besorgt. Ich dachte eigentlich, ich kriege genau den gleichen, den ich habe dort, aber gab es nicht. Dort gibt es ganz andere Eyeliner irgendwie, die ich hier noch nie gesehen habe. Und zwar habe ich hier von Maybelline den Hyper Sharp Wing Eyeliner. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, den gibt es hier nicht in Deutschland. Ich konnte mit dem echt einen guten Eyeliner ziehen. Deswegen, ja, bin sehr zufrieden damit. Dann habe ich mir noch ein Nagellack geholt von der Marke Chic. Und das ist so ein Pastellgelb. Sagt man Pastellgelb oder gelbes Pastell? Und von der Catherine Bernardo Kollektion. Also Catherine Bernardo ist eine sehr, sehr, sehr bekannte Schauspielerin auf den Philippinen. Und ich bin ein Riesenfan von ihr. Und ich finde auch alle Filme von ihr voll schön, zusammen mit Daniel Pavilion. Und ja, ich finde, ich mag die Filme von ihr. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole mehr auch ihren Nagellack. Weil das auch eine sehr frühlingshafte Farbe ist. Und bald ist ja der Frühling. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall eine echt schöne Farbe. Die werde ich, glaube ich, auch öfters tragen. Und dann habe ich mir noch einen Highlighter geholt von The Balm. Und das ist der Betty Luminizer. Den kennen bestimmt schon einige von euch. Also der ist jetzt nicht so ganz neu. Ich wollte den eigentlich schon immer mal ausprobieren. Aber war mir immer, war auch immer zu faul, den online zu bestellen. Und als wir in der Mall waren, waren wir in so einem Laden, wo es das gab. Und ich habe den dann auch aufgetragen und fand den voll schön. Und vor allem zur gebräunte Haut sieht das sehr gut aus. Deswegen habe ich gedacht, ich hole den mal, weil ich ja jetzt auch gerade sehr braun bin. Ja, deswegen habe ich mir den geholt. Dann habe ich mir noch einen Geldbeutel geholt. Und zwar ist der von der Marke Charles & Keith. Bisher hat mir diese Marke noch nie was gesagt. Aber wir sind einfach nur in den Laden reingegeben, weil der voll cool aussah von außen. Und der hatte auch voll coole Taschen und Geldbeutel und auch Schuhe. Eigentlich waren wir auf der Suche nach neuen Sandalen. Aber das konnten wir da vergessen dort, weil unsere Größen gab es nicht. Traurig. Da fühlt man sich immer wie so ein Bigfoot. Ja, aber wir haben, also meine Schwester und ich haben ganz normale Größen, Leute. Also 39,40. Das ist eigentlich ganz normal für unsere Größe. Aber dort kann man das vergessen. Auf jeden Fall. Andere Story. Ähm. Da habe ich dann den Geldbeutel gesehen und fand ihn voll schön. Von außen ist er so schwarz und hat hier so ein Rose-Golden Streifen. Und in der Mitte dann so ein goldenes Zeichen, wo drauf steht Charles & Keith. Ja, von den Preisen her war es ungefähr wie bei Mango der Geldbeutel. Bei Mango kostet ungefähr ein Geldbeutel so 16, 17 Euro. Und der hat auch 16, 17 Euro um den Dreherum gekostet. Und als letztes habe ich mir ein paar Sandalen geholt. Ein Wunder. Weil wir waren echt lange auf der Suche nach Sandalen. Und wie ich euch ja vorhin erzählt habe, 39,40 ist echt schwer zu finden. Und dann sind wir in den Laden Kenneth Cole Reaction reingegangen. Und dann gab es die. Und dann auch noch im Sale. Also die waren von 2750 Pesos. Das sind so ungefähr 40 Euro, glaube ich. Umgerechnet. Waren die dann auf 550 Pesos reduziert. Das sind 10 Euro. Ja. 10 Euro haben die Sandalen gekostet. So, das war es dann mit meinem Haul. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ihr fandet es etwas interessant, was ich so eingekauft habe an Sachen aus den Philippinen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao.